Hi, ich bin Laura Bär und ich stehe hier gerade in Henn. Henn ist ein Stadtteil nochmal. Ja, kurz vorab, wir befinden uns hier, wie schon bereits gesagt, in Menden im LaFeld, ein wirklich sehr beliebtes Wohngebiet. Ihr kennt... Ich wünsche euch eine frohe Weihnachten. Es werden moderne Grundrisse entstehen und die, äh, ne. Die, die uns schon ein bisschen länger auf YouTube verfolgen. Scheiße, mach doch mal aus, ich krieg diesen Satz nicht hin. Absolut ruhige Lage hier. Hi, mein Name ist Laura Bär und ich stehe hier gerade vor... Nein, nochmal, vor diesem Lärm, das ist ja dumm, warum? Mach ich Werbung vor das Haus. Und wir haben heute sehr viel zu tun, wir haben nämlich einen Baustellen-Abteil... Ja, schau. Äh, mit... Vergiss das. Alles gut. Mary Rex. Ich habe immer Angst. Ja, hier draußen auf dem Balkon kann man schöne gemeinsame Stunden auf jeden Fall... Ja, hier draußen kann man auf jeden Fall ein paar gemeinsame schöne Stunden verbringen. Was auch noch ganz besonders ist... Okay. Eine... Nein, wie sag ich das? Sag mir mal bitte noch. Ich würde sagen, hier draußen kann man auf jeden Fall noch ein paar gemütliche Stunden verbringen. Das ist alles mal versterben. Mach doch mal. Ich würde sagen... Ich... Und hier habt ihr also die Möglichkeit, auf ca. 300 Quadratmeter ein tolles Haus zur Miete zu erwerben. Nein, nicht zu erwerben. Wir haben hier zu... Hallo, heute geht es nicht nur... Das ist meine Kollegin Laura Bär. Und das ist meine Kollegin Lea Schmaler. Und wir erzählen euch heute einiges über unsere Immobilienwertermittlung. Und wir starten gleich einmal direkt mit der Laura... Foto machen? Nee, Video. Ah, okay. Die Immobilienbewertung bei Diekmann. Wir errechnen... Warum lasst du... Ja, wie... Diekmann Immobilienbewertung. Siehst du, sie ist immer schuld. Als letztes noch das Wohn- und Esszimmer. Ein Wort vergessen. Das ist wirklich eine Seltenheit in unserem Portfolio. Denn das zur Miete... Wann hat man... Na, scheiße! Auch dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Dann helfen wir. Beziehungsweise achtest du. Aber noch besser. Eine Masenettwohnung mit ca. 140 Quadratmeter Wohnflächen. Fläche, Entschuldigung noch. Okay. Action! Und wenn... Denn ihr könnt bei uns auch Tippgeber werden. Wenn ihr jemanden kennt, der verkaufen oder vermieten möchtet... Der letzte Satz ist komm leer. Profitieren also auch Sie jetzt von unserem... Warte, ich hab vergessen, was ich sagen muss. Ich weiß, es war wie immer eine tolle Messeverhandlung. Ja. Ah! Warte mal. Sorry. Lasst euch die Sonne ins Gesicht schießen. Scheiße. Warte mal aus. Dieses Licht blendet mich so krass. Hinter den Kulissen passiert zeitgleich jedoch auch eine Menge. Den Gabi, dumm sieht das an. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut doch hier in der Endkarte rein. Dort findet ihr zwei weitere Videos von uns. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag wieder hier auf Diekmann TV. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.